Kampf gegen Mobbing. Seit heute ist dieser Koffer hessenweit unterwegs. Mit dem sogenannten Anti-Mobbing-Koffer sollen Schüler für das Thema sensibilisiert werden. Denn bundesweit wird fast jeder sechste Schüler gehänselt. Die Initiative Mobbingfreie Schule ist ein gemeinsames Projekt der Technikerkrankenkasse Hessen und des Kultusministeriums. Mit dem können Schulen eine komplette Projektwoche gestalten. Und Kinder können eben sensibilisiert werden, was bedeutet Mobbing überhaupt. Wohin können Hänseleien führen? Die Atmosphäre in den Klassen kann verbessert werden und der Zusammenhalt in der Klasse. Den Anti-Mobbing-Koffer können Schulen bei ihrem jeweiligen Schulamt anfordern.